Warum du vielleicht nicht auf dem Rigotti, Max vom Gartenkanal, Wurzelwerk, Gartengemüsekiosk, Selfbio oder weitere Garten-YouTuber hören solltest, beziehungsweise auch ihre Tipps etwas mit Vorsicht betrachten solltest. Natürlich mit Ausnahme von mir, weil ich's drauf hab und der Boss bin. Tut mir leid, natürlich gehört der Platz im Reif vom Selbstversauerkanal. Ich nur semiprofessioneller Grünschnabel, eher Chef, der sich auch im Video hinsetzen kann und nun über unseren aktuellen Zustand in der Gesellschaft gut herziehen darf. Das ist exemplarisch für die Gesellschaft und die Medien, die heutzutage in der Welt, in der wir heutzutage leben, in dieser Medienwelt. Passen wir auf. Kommen wir zügig zur eigentlichen Frage, warum du vorsichtig mit Tipps von Garten-YouTubern sein solltest, natürlich auch mit eingeschlossen. Das Problem bei den ganzen Tipps im Internet ist einerseits, vieles auch sehr gerne beschönigt, um halt auch irgendwelche Sachen zu verkaufen oder auch mehr Klickraten zu generieren, also Marketing zum Beispiel. Und jetzt besonders im Gartenbereich, Deutschland hat halt sehr viele unterschiedliche Klimazonen. Im Norden ein bisschen kühler als im Süden, Flachland andere Klimazonen als jetzt zum Beispiel in der Eifel oben, in den Bergen zum Beispiel. Rheinland im Allgemeinen etwas wärmer oder der wärmste Bereich in Deutschland da, so Richtung Frankreich. Gebiete, die mehr Niederschläge aufweisen, während andere mehr unter Dürren leiden, unterschiedliche Bodenverhältnisse. Und das Ganze können wir sehr stark runterbrechen bis zu den kleinsten Ländern hier in einem Garten, wo wir auch unterschiedliche Kleinklimazonen haben, die wir aber auch selbst als Gärtner beeinflussen können, indem wir zum Beispiel Mauern ziehen, Hauswände, Gartenhäuser und sowas. Und dann deshalb dann eine neue Klimazonen schaffen, wo halt dann Kulturen besser wachsen, die es vielleicht etwas wärmer mögen. Hast du mehr Sonne für deine Pflanzen zur Verfügung oder ist da dein Nachbar mit seinem Haus oder Bäumen oder Schuppen oder sonst irgendwas, wodurch du halt dann dadurch mehr Schatten über den Tag hast? Lebst du in einer Klimazonen, die tendenziell etwas wärmer ist, wo du halt dann schon früher mit der Voranzucht beginnen kannst, als jetzt zum Beispiel dort, wo du das Blödleicht auf sechs Monate kühle Temperaturen bis Frost haben könntest und deshalb mit der Voranzucht das vielleicht nicht zu empfehlen ist, schon zu früh damit anzufangen. Das heißt, bei den ganzen Garten-Youtuber musst du halt erstmal die Frage stellen, in welcher Klimazone leben die überhaupt und weshalb tun sie jetzt zum Beispiel so früh mit der Voranzucht beginnen. Und bei denen funktioniert das halt auch dann deshalb, weil es halt dann schon früher wärmer wird. Wenn wir schon bei der Voranzucht sind, dann gibt es noch weitere Fragen, ob man Pflanzlichter nutzt, wie viel Platz man denn überhaupt in der Voranzucht hat, welche Utensilien hat man. Also ich kann zum Beispiel früher vorziehen, weil ich zum Beispiel einen Folientunnel habe oder auch ein Gewächshaus und zur Not kann ich das auch mit Heizlüftern heizen. Andere nutzen zum Beispiel Gas. Diese Informationen sind natürlich auch sehr wichtig, weil da macht es vielleicht auch durchaus mehr Sinn, mit der frühen Voranzucht zu beginnen. Macht es für dich jetzt im privaten Bereich überhaupt Sinn, so früh mit der Voranzucht beginnen, als bei mir, der jetzt auch zum Teil das erwerbstätig macht, um halt die Sachen mit zu verkaufen? Und ich deshalb früher Erträge brauche. Zum Beispiel verfolgst du jetzt meinen Kanal, sehr gute Tipps auch mit dabei, und denkst dir, okay, ich mache dem jetzt einfach alles nach und merkst dann, es klappt nicht. Weil du vielleicht jetzt bei der Eifel oben wohnst, anstelle wie ich jetzt im Flachland von Oberbayern. Das ist mir in meinen Anfängen auch passiert, als ich dann die Videos von Selfbio angeschaut habe und ich dann halt das auch alles nachmachen wollte, weil die ja auch in den erwerbstätigen Bereich gehen und ich das halt auch in die Richtung machen wollte. Und ich dann einfach festgestellt habe, die wohnen halt auch in einer Klimazone, die ein bisschen wärmer ist, als sie bei mir ist. Deswegen wachsen die Sachen auch viel besser und effektiver, vor allem weil sie auch mehr Utensilien zur Verfügung haben, vielleicht auch noch heizen, was ich halt alles nicht zur Verfügung habe. Vielleicht haben sie auch eine viel bessere Wasserversorgung und der Boden zur damaligen Zeit auch noch um einiges besser, als der bei mir ist. Aber diese paar Temperaturen, die sie da im Rheinland in der Ecke haben, sind auch schon sehr ausschlaggebend. Anfangs war es dann für mich doch ein bisschen enttäuschend, bis es dann auch befreiend wurde, weil ich dann auch selbst realisiert habe, dass ich halt unterschiedliche Gegebenheiten habe, unterschiedliche Klimazone, aus der ich dann natürlich auch das Maximale rausholen kann und mich da auch dementsprechend anpassen sollte. Das bedeutet, ich habe mir die Frage gestellt, welche Pflanzen wachsen denn bei mir in der Klimazone am optimalsten und wann lohnt es sich für mich, welche Pflanzen rauszusetzen, damit ich dann auch da gute Wachstumsbedingungen habe, als zum Beispiel die Paprikas, dass ich sie bei mir jetzt nicht unbedingt zu früh raussetzen sollte, aufgrund der Tatsache, dass der Boden bei mir ein bisschen länger kalt ist und die dann deshalb einen Schock bekommen können. Selbstverständlich, nimm dir die Tipps und Impulse zu Herzen, aber probiere die auch über mehrere Monate und Jahre bei dir im Garten aus und guck, funktioniert das bei mir oder funktioniert das eben nicht bei mir aufgrund den unterschiedlichen Verhältnissen und probiere dich ein bisschen aus und finde über die Jahre hinweg deine perfekten Gegebenheiten und Pflanzen, die bei dir am besten wachsen. Bevor man irgendwelche langjährigen Sachen anflattet oder etwas, was vielleicht unangenehm riecht, wie zum Beispiel Buberts, vielleicht mal ein bisschen vor mit den Nachbarn abklären, ob die das gut finden oder nicht, weil so ein Nachbarschaftsstreit kann schon nervtötend sein oder wenn du halt einen Baum zu nah an die Grenze gesetzt hast und den deshalb dann abschneiden musst, unschön oder vielleicht noch gar fällen. Also lieber dicke mit den Freunden sein, anstelle die ewige Konkurrenz wie die Deutschen mit den Franzosen. Ja prima, dann auf in den Kampf. In Verdau warten 70.000 französische Jungfrauen, die von uns besiegt werden wollen. Das macht das Leben viel einfacher. So, ach ja, etwas fürs Köpfchen und auch ein bisschen was für dein Stresslevel, sagen wir mal, ein bisschen die Erwartungen runterschrauben. Fehlerfreundlich sein, Sachen ausprobieren, die müssen nicht sofort klappen. Einfach mal ausprobieren, gucken, wie kann man das verbessern. Vielleicht klappt es dann, vielleicht auch nicht. wirklich Erfahrungen gesammelt und nicht offen, dass dann die Tipps irgendwie innerhalb von ein, zwei Wochen dann umgesetzt werden. Das ist vor allem im Permakulturbereich sehr wichtig, weil dann die Leute mal auf die schnellen Lösungen abzielen wollen, obwohl halt die Permakultur Prozesse über Jahre hinweg etablieren soll, beispielsweise Nützlinge ansiedeln, damit du halt natürliches Gleichgewicht hast. Also ich habe zum Beispiel dieses Jahr überhaupt gar kein Schneckenproblem gehabt. Oder nicht so stark wie die meisten. Warum? Ich habe die nötigen Prozesse schon Jahre davor in die Wege geleitet und habe das stetig weiter fortgeführt. Den auf Krampf und den erzwungenen Perfektionismus ein bisschen zurückschrauben. Wenn du Kinder hast oder mal Kinder großgezogen hast, erst mal super Leistung, hast was im Leben erreicht. Mal die mal beobachten, wie haben sie mit dem Laufen angefangen, sind aufgestanden, hingefallen, aufgestanden, hingefallen, haben ausprobiert, genauso wie mit dem Sprechen. Vielleicht sollten wir uns mal wieder da ein bisschen orientieren, wenn wir neue Sachen ausprobieren oder lernen. Und natürlich kannst du mir vertrauen. Ich bin ja der sehr vertrauenswürdige Onkel im Internet. Bin auch TÜV-zertifiziert und der ist nur echt mit Doppel F. Falls du weitere Tipps und informative Videos von diesem Kanal haben möchtest, zum Thema Permakultur, vielleicht auch dich ein bisschen zur Gesundheit interessierst, naturnah, dann schau doch gerne hier noch diese spannenden Videos an. Den Kanal kannst du auch kostenlos abonnieren. Und wie immer, wir brauchen viel mehr Samenschleider hier auf dieser Erde, um die Natur zu begrünen, denn die hat es bitter nötig. Und das ist ein vertrauenswürdiger Tipp. Kannst mich wirklich vertrauen.